Mehr als 32.000 Unfälle mit nachfolgendem Spitalsaufenthalt passieren jährlich in Vorarlberg. Viele davon könnten durch risikobewusstes Verhalten verhindert werden. Aus diesem Grund wurde 1997 der Fonds Sichere Gemeinden, heute bekannt als sicheres Vorarlberg, von diesen Partnern ins Leben gerufen. Durch Kurse, Infomaterialien und das Bereitstellen von Expertenwissen, möchten wir dir helfen, Risiken richtig einzuschätzen, damit du die richtigen Entscheidungen für deine Sicherheit triffst. Sicheres Vorarlberg begleitet dich schon von klein auf. Wir informieren zum Beispiel deine Eltern, wie sie dich vor Unfällen schützen. Im Kindergarten klären dich dann die Sicherheitsclowns mit viel Humor über die Gefahren im Haushalt auf. Wenn du älter wirst, lernst du beim Wassersicherheits- Check in der Volksschule, wie du dich selbst aus dem Wasser retten kannst. Du stehst nun auf eigenen Beinen und im Winter sogar auf eigenen Skiern. Im Kurs Sicher abseits der Piste erfährst du Nützliches, um die Risiken beim Skitouren gehen und Freeriden zu minimieren. Auch im Alter sorgen wir uns um deine Sicherheit. In Bewegungsgruppen lernst du Übungen, welche die Beweglichkeit und Koordination verbessern, damit du lange fit, gesund und selbstständig bleibst. Gemeinsam mit zahlreichen Experten entwickeln wir unser Programm ständig weiter und organisieren somit über 700 Veranstaltungen pro Jahr. Informiere dich gleich jetzt über deine Möglichkeiten. Lerne, wende an und sorge somit für ein sicheres Vorarlberg.